Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Samstag, es ist mittlerweile schon Ende Januar und es gibt heute ein Januar-Favoriten-Video von mir. Unter anderem stelle ich jetzt nochmal meine Dalton-Favoriten vor. Ihr wisst ja, die Zuschauerinnen, die schon länger dabei sind, dass ich so einen Rabatt-Code für euch habe, wer sich für Dalton-Produkte interessiert. Bis zum 31.01. bekommt ihr auf das gesamte Sortiment 20%. Der Code lautet Beauty Kirstie. Ich schreibe den gerne nochmal in die Infobox. So, da beginne ich gleich mal mit der Augencreme. Das ist eine Zell-Energy-Augencreme mit Q10 und auch für die Lippenkontur. Also nicht nur für die Augen geeignet, auch für die Lippen, also für die obere Lippenkontur. Da haben wir ja meistens auch so im Alter so kleine Fältchen, die sich da so eingraben. Und dafür ist diese Creme bestens geeignet. In einem schönen Spender, also wunderbar zu handeln, ist ein Favorit. Weiterhin für die Augen. Ein Dalton-Favorit sind diese Instant-Eye-Pads. Diese Eye-Pads sind versehen mit grünem Tee, Ginseng, Ginkgo-Blättern. Also Extrakte, die folgendes vermindern, nämlich geschwollene Augenlider. So, Tränensäcke sind in so einer Packung, glaube ich, 3x2 enthalten. Sehr hochwertiges Produkt. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, legt sie euch unter die Augen, wartet 10 Minuten und ihr werdet den Sofort-Effekt erleben. Weiterhin für die Augen, was allerdings jetzt ein Drogerie-Produkt ist, was ich immer gerne benutze, ist morgens gleich. Das sind diese Augenlippenmasken von Shee-Bands mit Q10 und Panthenol. Die kosten, glaube ich, 1 Euro. Es sind vier Stück drin enthalten. Ein wunderbares Produkt, was ich immer wieder gerne empfehle. Aber jetzt besonders im Januar. Es ist ja sehr kalt draußen, drinnen warm, draußen kalt, der Wind, die Kälte. Kommen wir gleich zum nächsten Produkt und zwar einer Kälteschutzcreme. Diese, auch von Dolten. Die ist versehen mit Sheer-Butter, also auch mit wertvollen Ölen und Jojoba-Öl. Legt sich wie ein schützendes Mäntelchen über eure Tagescreme. Denn die Haut trocknet aus, auch wenn ihr euch normal eincremt. Und diese Kälteschutzcreme vermindert eben dieses Austrocknen unserer Haut. Wir können ja gar nicht sagen tun, aber ihr müsst doch viel trinken. Das, was ihr innerlich tun könnt, ist trinken, 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 ihr Lieben. Also Kälteschutzcreme von Dolten oder was auch jetzt eine etwas preiswertere Variante ist, auch ein Favorit von mir, das ist dieses Manuka Wunderbalsam von L'Oreal. Dieses Manuka Balsam könnt ihr sehr schön, auch hier, wenn euch die Augen drehen, dann merkt ihr das wahrscheinlich, ist das so trockener. Die Haut wird dann so trocken. Ich gebe das gerne hier in den Augenwinkel noch auf. Oder auch in den Mundwinkeln oder als Handcreme oder Fußcreme. Also das ist wirklich ein Wunderbalsam mit diesem wertvollen Manuka Honig. Wer den Duft mag, weil es riecht stark nach Honig. Also für Honigliebhaberinnen bestens geeignet. Ein absoluter Favorit. Bleiben wir mal bei der ganzen Cremerei. Also ich benutze ja gerne diese Nivea Q10. So, das ganze Jahr über. Und im Winter habe ich manchmal das Gefühl, ein bisschen Fett könnte sie, weil das ist ja so ein Feuchtigkeitsteil hier. Und ich mische das ganz gerne. Ich gebe mal sowas auf die Hand. Und dann nehme ich ganz gerne dieses von Dr. Hauschka Rosenöl. Und mische mir das in der Hand und creme mich dann ein. Oder ihr könnt auch Folgendes machen, wenn ihr nass aus der Dusche kommt, logisch. Dann könnt ihr auf die nasse Haut, dieses feuchte Haut, dieses Öl geben. Und das wird dann zu so einer Emulsion. Und dann könnt ihr auch normal eure Bodylotion auftragen. Mein Favorit. Und ein weiterer Favorit ist das hier. Nicht nur für die Küche. Kokosöl. Irgendein Kokosöl. Bio-Kokosöl. Benutze ich gerne zum Abschminken. Oder auch als Lippenpflege. Und was ich jetzt für mich neu entdeckt habe, auch für die Füße. Weil die Füße trocknen ja auch aus. Die stecken jetzt den ganzen Winter, die nächsten Monate in Strümpfen und Schuhen. Und wer Fußbodenheizung hat, der weiß, worüber ich spreche. Die Füße trocknen aus. Ihr könnt euch eine teure Fußcreme kaufen. Oder ihr macht morgens oder nach dem Duschen einfach so ein bisschen Kokosöl. Auch auf eure Füße, auf die Hände, in die Haarspitzen. Ein absoluter Allrounder. Kokosöl geht immer. Was haben wir noch? Dieses Teil hier von Schwarzkopf. Was heißt das? Schutzengel. Das ist so ein Hitzeschutzspray. Ja, das ist jetzt auch eins meiner Favoriten geworden. Bei die Haare. Mütze auf. Mütze ab. Die Haare fliegen. Und dann vielleicht noch mit dem Föhn so ein bisschen trocken föhnen. Oder ein bisschen in Form föhnen. Strapaziert das Haar ungemein. Und dafür ist so ein Hitzespray gar nicht schlecht. Kann ich durchaus empfehlen. Ist jetzt nicht das Wundermittel. Gibt es eh nicht. Aber es ist ein Schutz. Ein Föhnschutz. Bis 200 Grad. Ne, bis 220 Grad sogar. Gut. Dann habe ich noch zwei Produkte. Das ist einmal diese von Nähkosmetik. Auch über die Firma Dolten vertrieben. Wird in Italien hergestellt. Diese Deep Black Extension Mascara. Die wirklich ganz tolle. Selbst Frauen mit dünneren, wenigeren Wimpern. Die ein sehr schönes Ergebnis zaubert. In dünnen Schichten mehrfach aufgegeben. Eine tolle Mascara. Und auch einen Lead Primer. Möchte ich euch nochmal nahelegen. Einige haben ihn schon gekauft. Das ist dieser kleine. Der kostet um die 16, 15 oder 16 Euro. Dieser Lead Primer, der auch als Single benutzt werden kann. Nämlich, er ist ziemlich dick. Nicht so ein dünner. Und man kann ihn goldfarben sehr schön auch als Lidschatten benutzen. Oder als Primer. Ist auch ein sehr schöner Schutz. Und mindert so ein bisschen die Faltentiefe auf dem Lid. Diese Produkte werden von mir nochmal separat aufgeschrieben. Und den Link dazu, wenn ihr Interesse haben solltet. Bis 31.01. Ich muss nur hinzufügen. Nicht, dass ihr dann sagt, Mensch. Hättest du ja mal sagen können. Oder so. Einen weiteren Highlight hätte ich beinahe vergessen. Ihr seht doch, der ist schon fast leer. Ich bin auch ziemlich traurig. Ist von Dolten. Dieses aus der Soul-Serie. Dieses Illuminating Oil. Das ist ein Öl. Ein feuchtigkeitsspendendes, pflegendes Öl. Was ihr auf euer Gesicht aufgebt. Und was von vornherein so ein Glow erzeugt. Bevor ihr eure Pflege aufgebt. Oder über die Pflege könnt ihr es auch auftragen. Oder ihr könnt es auch mischen mit dem Make-up. Das ist ein wahrer Seelenschmeichler. Muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist es also ein absolutes High-End-Produkt. Gewonnen wurde dieses oder wird dieses Monoiöl aus der Frangipani-Blüte. Schön mit dieser Pipette. Kann man also auch ganz toll handeln. Könnt ihr euch tröpfchenweise aufgeben. Und dann hat das Gesicht, also eure Haut schon von vornherein diesen Glow. Bevor ihr überhaupt irgendeinen Glow aufgegeben habt. Und da im Trend ja dieses Jahr dieser natürliche Glow steht. Ist das ein Produkt, was ich mir auf jeden Fall nachkaufen werde. Und ich möchte euch natürlich gerne an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Zwei weitere Favoriten aus dem Monat Januar. Auch im Januar gekauft. Viele von euch haben es auch schon nachgekauft. Und sind ebenso begeistert wie ich. Von diesem Shine 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 Essence Lip Gloss Let's Pumpkin Up. Oder so. Nummer 16. Nummer 16. Der ist sehr farbintensiv. Und passt natürlich toll zur neuen Trendfarbe. Living Coral. Also sie ist nicht Koralle, nennt sich Kürbis. Ist aber eigentlich, ist auch orange. Gut. Und der unkomplizierte Lack von Essence Pretty Princess. Mit so kleinen, kleinen Glitzerpartikelchen. Ist ja der ganze Trend mit. Ist super einfach mit zu lackieren. Ich habe jetzt einfach nur einen Calcium Lack drauf. Und dann mache ich den drüber. Ist etwas holographisch. Aber sehr, sehr schön. Ihr könnt ja generell auch über einen farbigen Lack geben. Ist auch eine Möglichkeit. Also ich finde den klasse. Ich finde den sehr, sehr schön. Und dann schrieb mir eine Zuschauerin, dass sie sich den auch gekauft hat. Und eigentlich auch ein Essie-Fan ist. Aber letztendlich halten die. Ich mache den mal drauf hier. Wow. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man. Einfach. Ja. Wir haben ja bald Valentinstag. Ich weiß nicht. Wir Mädels und die Glitzerpartikelchen. Na ja, wenn es schön macht. So, ihr Süßen. Jetzt habe ich noch ein Parfum, was ich euch vorstelle. Nein, das ist nicht Chanel. Ihr wisst, ich liebe Chanel, Gabriel. Aber ich habe noch ein zweites. Ja, ich habe nur zwei Parfums. Stellt euch das mal vor. Ich habe nur zwei Parfums. Das reicht doch völlig. Aber selbst die kriege ich nicht leer. Also das ist von Lancome, La Vie et Belle. Die Schönheit des Lebens feiern mit einem femininen Duft. Verkörpert mit der wunderbaren Julia Roberts in der Werbekampagne. Kennt ihr bestimmt. Ist eine ganz tolle Werbung. Diese Kopfnote, die Iris Palida von Florenz, ist eine der teuersten Zutaten für die Parfumäre, für alle Parfumäre dieser Welt. Und das bildet die Grundlage hier, dieses wunderbaren, leichten, femininen Duftes. Außerdem versehen noch mit Orangenblüten, Patchouli und Jasmin. Aufgetragen werden sollte ein Parfum immer auf die warmen Stellen, also auf warme Körperstellen. Also hier, Hand, Innere der Handflächen oder Hand, ja Handflächen, Handflächen, nein, also hier im Inneren, Handgelenke. Mein Gott, manchmal fallen ja wirklich die einfachsten Wörter nicht ein. Hinter dem Ohrläppchen und man sagt auch in den Kniekehlen. Gut, also die Kniekehlen habe ich mir noch kein Parfum gegeben. Ist mal ein Versuch wert. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Wer nicht gesund ist, dem wünsche ich eine ganz schnelle, baldige Besserung. Und ja, trinkt einen Vitaminshot. Also ich kann euch gerne nochmal diesen Ingwer-Shot. Also ich bin süchtig nach diesem Ingwer-Shot. Ich muss den trinken. Der zieht mir zwar morgens alles zusammen, aber ich habe das Gefühl, wow, ich habe mir jetzt was Gutes getan. Schön mit Zitrone und Honig. Oder eben die längere Version mit Apfel. Ich bin nicht so der Freund von Nahrungsergänzungsmitteln. Kann man alles machen. Ist meines Erachtens alles eine Preisfrage. Und natürlich steht auch die Pharmaindustrie dahinter. Muss man nicht alles unterstützen. Kann man alles gerne machen. Ich bin jetzt kein Gegner, aber ich denke mir so natürlich wie möglich. Minimalismus predige ich ja auch immer von hinten bis vorne wie so ein Wanderprediger. Also mit einer gesunden Ernährung geht schön raus an die frische Luft. Egal, auch wenn die Sonne nicht scheint. Das tut uns gut. Und ein bisschen Bewegung ist nicht schlecht. Und Vitamine. Ein ordentlicher Vitaminstoß. So, nochmal. Ein wunderschönes Wochenbeende wünsche ich euch von Herzen. Seid besonders gut zu euch. Und bis bald. Ciao.